Hallo, guten Tag. Zu Ihnen wollte ich. Wen suchst du? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht mehr. Mon dieu! Ich wusste, ich hätte nach dem ersten Glas Apfelwein aufhören sollen. Ich habe einen Karton Glitzer in einem meiner Vogelscheuchen gesteckt. Aber in welche? Warum steckst du Glitzer in eine Vogelscheuche? Für eine Sonderanfertigung. Eine süße Einhornvogelscheuche für ein niedliches kleines Mädchen. Der Glitzer hat mich ein Vermögen gekostet. Und ich wollte ihn irgendwo sicher verstecken. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem meiner Babys er steckt. Mhm. Na, vielleicht kann ich ihn für dich suchen. Ich weiß nur noch, dass da eine nackte Frau war. Eine nackte Frau? Ein Baum und oben drüber die Vogelscheuche. Mann, du musst aber ganz schön besoffen gewesen sein. Was soll das heißen, junger Mann? Ich weiß, was ich gesehen habe. Eine nackte Dame und einen Baum. Sie führen dich zu meiner Vogelscheuche, wenn du offen dafür bist. Okay, machen wir. Los geht's. Die Vogelscheuchenkönigin. Königin. Äh, wo muss ich denn hin? Hala. Wie viel Meter sind das? 160? Sollte man gerade noch so packen, ne? So, dann gehen wir da mal hin und gucken mal, ob da irgendwelche Vogelscheuchen sind. Wobei ich ja auch denke, dass sie ziemlich besoffen ist, einfach. Okay. Ich weiß nicht, was... Ah. Habe ich das Graffiti schon? Sieht so aus, ne? Ich weiß nicht, ob ich in der Vogelscheuche... Ah, hier, guck mal. Komisch, dass jemand Settner und hier ist der Glitzer. Da wird sich ein kleines Mädchen aber freuen. Quäste aktualisiert. Kehren sie zur Vogelscheuchenkönigin zurück. Das ging ja schnell, Alter. Das ging ja ultraschnell. Naja. Wir haben ja nebenbei auch noch ein paar kleine Sachen erledigt, ne? Den muss man natürlich auch noch... Das muss man natürlich immer noch bedenken. Aber ansonsten alles cool. Was mich ein bisschen auffregt an diesem Game ist wirklich dieser Regen, Alter. Weil man überhaupt nichts sieht, ey. Das soll aber... eigentlich nur nicht meins sein, ne? Und trotzdem irgendwie doof. So, hier ist dein Glitzer. Hier ist dein Glitzer, Gabriel. Oh, danke, junger Mann. Hier, für deine Mühe. Was kriege ich? Wo ist das gegeben? Deine Vogelscheuche hat ihre Aufgabe nicht wirklich gut erfüllt. Sie hat kein Gemüse beschützt. Und da stand ein Lesestuhl neben ihr. Ein Lesestuhl? Dann hat sie genau das getan, was sie sollte. Jemandem Gesellschaft leisten. Dafür nutzen sie die meisten heutzutage. So, so. Soll ich dir auch eine Vogelscheuche machen? Ja. Ja, bitte? Nimmst du dafür auch Glitzer? Ach, hör auf. Ich nehme das sehr ernst. Komm später wieder und schau, ob sie dir gefällt. Machen wir. Gut. Nebenquests abgeschlossen. Die Vogelscheuchenköniginnen. Ninninn. 700. Äh, 400 habe ich bekommen. Nice. Nice. Tschüss. 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 Tschüss.